Vor ziemlich genau drei Jahren habe ich ein Video hochgeladen auf den Kanal mit dem Titel Ich glaube, ich stehe im Wald. Und ich dachte damals, ich stehe im Wald, weil ich so überrascht davon war, dass ich gerade entdeckt hatte, dass ich 40 Abonnenten auf meinem Kanal hatte, oder sogar 41, glaube ich. Und ich war total überwältigt davon, dass anscheinend 40 Leute was mit meinem Inhalt anfangen konnten und irgendwas Positives für sich daraus ziehen konnten. Ja, für sich und ihr Leben. Und jetzt habe ich mal wieder nachgeguckt, beziehungsweise habe ich eine Nachricht von jemand von euch bekommen, der mir mitgeteilt hat. Es sind noch zwei Nullen dazugekommen. Es sind tatsächlich schon 4000 Abonnenten inzwischen. Drei Jahre später. Und es ist natürlich noch eine ganz andere Hausnummer, wenn mir jetzt klar wird, dass es anscheinend schon 4000 Leute gibt, die diesen Abo-Knopf gedrückt haben, weil sie kontinuierlich irgendwas Sinnvolles für sich anscheinend aus meinen Inhalten ziehen können. Und normalerweise ist es ja so, dass ihr euch immer bei mir bedankt, dafür, dass ich diese Videos mache und dafür, dass ich meine Erfahrungen berichte und dafür, dass ich eure Fragen beantworte und solche Sachen. Und jetzt möchte ich das auch mal umdrehen. Und zwar möchte ich mich bei euch bedanken. Allerdings nicht, weil ihr da diesen Abo-Knopf gedrückt habt. Natürlich finde ich das schön, weil ich dann auch das Feedback bekomme, von dem ich euch gerade berichtet habe. Aber ich möchte mich nicht mehr bei euch bedanken, weil ich ohne die 4000 Leute, die meine Videos gucken, gar nicht die Motivation hätte, irgendwie weiter Inhalte zu bringen. Also die Tatsache, dass es wirklich so viele Leute gibt, die aus dem, was ich hier erzähle, was Positives für sich und ihr Leben schöpfen können, ist so eine Motivation, weiterhin ihre Inhalte zu bringen, dass ich quasi ohne euch, ja, wahrscheinlich gäbe es die ganzen Videos gar nicht. Wahrscheinlich hätte ich dann irgendwie so drei, vier Videos gemacht und gut ist. Aber so wie sich das alles entwickelt hat, also tausend Dank auch an euch von mir, dass ihr mir dieses Feedback gebt, dass ihr so viele seid und mich damit motiviert, weiterzumachen und diesen Kanal überhaupt zu betreiben. Und vor allem, was ich auch überhaupt nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, ich habe das ja mal in einem anderen Video angesprochen, das kann ich euch nochmal verlinken da oben, es gibt mir natürlich auch einen riesigen Sinn, also es fühlt sich total sinnvoll an, wenn ich mit meinen Erfahrungen, ja, wenn andere was daraus haben aus meinen Erfahrungen, wenn das irgendwie andere bereichert. Weil, ihr wisst ja, einer von meinen Grundsätzen ist so, dass die wichtigste Währung, die es im Leben gibt, ist der Einfluss, den wir auf andere Leute haben. Also, das ist meine Meinung, so sehe ich das, ja. Und das Gefühl, dass ich das irgendwie, dass ich was von dieser Währung abkriege, bekomme ich durch euch 4.000, die ihr mir da gerade, ja, regelmäßig folgt. Also, 4.000 Dank an euch, ja. Und ich stehe mal noch ein bisschen im Wald, um die Zahlen noch ein bisschen sacken zu lassen. Ich drehe die Kamera jetzt nicht noch weiter, weil da ist eine Straße. Habt noch einen schönen Tag. Und vielen, vielen Dank. Und toll, dass ihr alle dabei seid.